Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys, das ist die DAX-Analyse für Dienstag, den 15.08.2023. Unser DAX ist ein bisschen stecken geblieben im Schlamm, die Steine sind weg, war es gleich gar nicht mehr so griffig. Wir hatten gestern darüber gesprochen in der Analyse, dass wir unten natürlich die 800 mal rauskriegen müssen hier, im Bereich um 800, wo er sich immer wieder festgerannt hat, um unten raus weiteres Kursrisiko zu entfalten. Ich hatte euch aber auch gezeigt, dass ich mir auch gut vorstellen könnte, dass er, wenn er direkt von Anfang an auf grün nach oben schiebt, dass er versuchen wird, den Freitag auszugleichen, also dass er den quasi wieder einmal zurückläuft und sich dann quasi hier noch so ein Ast nach oben schlängelt, in dieses Gap rein bei 2.50, um sich dann hinten raus nochmal runterfallen zu lassen. So als Wochenprogramm hat man so ein bisschen gesagt, dass das eigentlich eine schöne Aufgabe für ihn wäre, um erst seiner Beschäftigungstherapie ein bisschen nachzukommen und sich jetzt beschäftigen über die schwachen Börsenbonate. Das wäre, glaube ich, ganz verträglich für alle und würde hier wirklich gut reinpassen. Ich würde das auch noch ein bisschen im Blick behalten, auch wenn wir ganz klar sagen müssen, dass er halt eigentlich ein bisschen zu früh auf die Bremse getreten hat. Ja, also der war klar erkennbar aufwärtsgerichtet, dass er langen will, also dass er nach oben raus will. Das hat er von Beginn an, der hat nur schöne grüne Kerzen nach oben gezogen. Das war, denke ich, für alle erkennbar, aber dass er bei 9.40 dann wirklich schon wegdreht, das fand ich zu früh. Und da wäre es besser gewesen, wenn er die 9.60 gleich gespielt hätte, weil das nimmt natürlich den Käufern hier auch ein bisschen Druck gewissermaßen raus. Also das zeigt so ein bisschen, dass es nicht ganz so aggressiv und vor allem auch nicht ganz so eilig haben, um rauszukommen. Und deswegen bin ich für den Dienstag ein bisschen verhaltener. Wir hatten gestern gesagt, wenn er das hinkriegt und auf Tagesebene hier so in die 9.60 vielleicht auch einen Tagesschuss reinkriegt, dass wir den dann nach oben auch anziehen können und dass er hier, dass das dann wirklich gut rauskommt, das ist immer so halt nicht gelungen. Und das müssen wir jetzt auch mit einbeziehen halten. Die können jetzt nicht hier Friede, Freude, Eierkuchen sagen, naja komm, ein bisschen verpatzt hat er, aber es ist halt, wenn der Hochzu nicht auf Zug bleibt, kippt er im Zweifel dann halt im nächsten Versuch auch wieder um. Und deswegen könnte man schon sagen, wenn der jetzt am Dienstag einfach bloß drüber steigt über die 9.40 und er geht in die 9.60, 9.70 rein und er dreht sich einfach nach unten, fällt wieder zurück unter 9.20, dann kannst du eigentlich den Tag schon direkt abhaken und dann wird jetzt hier irgendwie was dazwischen zurechtfummeln und nochmal zur Seite rein und Dreieck oder irgendwas hier bauen, was so ein bisschen zur Seite rausläuft. Und von daher wäre ich da noch ein bisschen verhalten. Das schiebt er uns aber mit richtig Stress durch, bleibt es weiter dabei, dass wir auch insbesondere oberhalb von 15.80 schon sagen können, dass er einen Drall nach oben reinkriegen kann. Also wir haben die 16.60 bereits abgearbeitet. Die sollte ihm beim zweiten Mal jetzt nicht mehr zu viel Widerstand geben. Das heißt, wenn es ihm gelingt, sich wirklich über 15.70, 15.80 rauszuheben, auch über 16.000 wieder zu etablieren, darf man davon ausgehen, dass er in die 16.120, 16.150 reingeht und dann ist er bloß nicht mehr weit weg bei 16.250, ja. Und von daher würde ich wirklich hier großes Augenmerk auf das nächste Hoch über 9.40 legen. Wie verhält er sich in der Zone zwischen 9.40 und 9.70 am Dienstag? Und das wird wahrscheinlich maßgeblich für den kompletten Dienstag. Na, sehen wir uns ansonsten nach unten. Ich weiß nicht, was eher mit seitwärts. Ich würde mich jetzt auch überraschen, wenn er komplett nach unten durchrammelt. Wir haben weiterhin unter 800 Risiko. Ja, unter 800 wird der Markt ein bisschen offener, auch für vielleicht eine Beschleunigung nach unten oder für ein bisschen Stress. Dass er einfach nochmal Richtung 700 abgleitet. Und dann haben wir ja auch hier unsere Trendlinie, die er noch abarbeiten wollte, bei 5.60, na, 5.50. Das ist dann alles erreichbar. Aber dafür muss er auch unter 800. Und wenn er nicht unter 800 bleibt und nur zwischen 9.70 hin und her pendelt und 800, 8.30, dann macht er nichts anderes, als das, was er in der Vorwoche gemacht hat. Und das ist halt einfach Range. Und das geht dann einfach zur Seite. Und wir sind noch in dieser Range. Wir sind ja auch noch nicht draußen. Und wir haben auch noch nicht irgendwie einen krassen Ausbruch angetauscht. Aber naja, würde ich hier die Erwartungshaltung vielleicht für den Dienstag noch etwas zurückschrauben. Ja, bis wir dann tatsächlich auch mal den Bereich verlassen und wieder in neue Gefilde aufbrechen. Ja, über 16.000 würde sich das auf der Oberseite ein bisschen verdichten. unter 15.800 auf der Unterseite. Solange er da bloß zwischendurch hin und her pendelt, da gewinnt er noch keine Preise mit. Das muss klar und deutlich so gesagt sein. Ja, ich denke, brauchen wir auch nicht mehr Zeit verlieren. Lassen wir es dabei. Würde ich damit das Video hier zumachen. Wünsche euch viel Erfolg zum Dienstag. Ein gutes Gelingen. Dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.